Steuerfreier Hinzuverdienst neben der Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten, die sehr interessant ist, die ich aber leider auch nur sehr, sehr pauschal beantworten kann. Wie viel darf ich als Frührentner Steuerfreiheit dazu verdienen? Also im Grundsatz heißt es, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente haben und einen Minijob haben, dann ist dieser Minijob, wenn er pauschal versteuert wird, grundsätzlich für Sie steuerfrei. Das ist erstmal die Regel. Wenn Sie aber ein höheres Einkommen haben als bei der Geringfügigkeitsgrenze, dann wird es natürlich ganz interessant, weil das Gesetz sagt, das Einkommenssteuergesetz sagt, dass nur das zu versteuernde Einkommen der Besteuerung zugefügt wird, wenn es über dem jeweiligen Grundfreibetrag des entsprechenden Jahres liegt. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrem Renteneinkommen und Ihrem Arbeitseinkommen, Ihrem Arbeitsentgelt bereinigt als zusammengefasstes zu versteuerndes Einkommen über dem Grundfreibetrag, der zum Beispiel im Jahr 2022 auf über 10.000 Euro angestiegen ist, liegen, dann müssen Sie hier das, was da drüber liegt, dann entsprechend den gesetzlichen Regelungen versteuern. So ist die Regel. Pauschal kann man überhaupt nicht sagen, wie hoch der Besteuerungsanteil dann hier wäre. Das muss man tatsächlich ausrechnen lassen oder berechnen lassen. Man kann also wirklich nur sagen, ganz relativ sicher sagen, wenn Sie eine Rente haben und einen pauschal versteuerten Minijob haben, dann wird der pauschal versteuerte Minijob für Sie nicht steuerpflichtig werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.